Servus und Willkommen zu einer neuen Folge von GTA Horizon. Ja, heute werden wir ein wenig mit Soundcraft rumspielen, weil mir wurde gesagt, ja, das ist nicht schlecht mit den Gläschen, aber irgendwie auch ein bisschen nervig. Da gibt es noch einen anderen Weg und den wollen wir jetzt mal gucken, wenn ich finde, ja genau, Essence Crystallization. Das wollen wir bauen, das heißt, ja, ich darf da auch trotzdem Balance Charts machen. Ich brauche Saumium, das müssen wir eigentlich noch haben. Ich brauche einen Dispenser, den dürfte ich definitiv haben. Saumium Block. Jetzt können es dann doch langsam mit dem Saumium abwerden. Ich glaube, wir haben acht Ingots, das heißt, ich brauche Metallum. Das Lustige ist mal, ich habe früher, wo ich mit Soundcraft noch gearbeitet habe, habe ich ohne Probleme das hinbekommen, dass ich das Rohrsystem so aufgebaut habe, dass ich, ja, das bekommen habe, was ich gebraucht habe. Jetzt bin ich zu doof dazu. Ähm, vielleicht kriegen wir es ja auch in dieser Folge hin. Es ist halt schon länger her. Ich glaube, Agrarian Skies und, äh, Regrows habe ich richtig mit Soundcraft gearbeitet. Okay, ich sehe schon, da sind ein paar Charts drin. So, das heißt aber, ich bin ja sowieso jetzt gerade beim, äh, Soundcraftln, dann kann ich auch bitte meine Brille aufsetzen. Da steht es Fabizio, Arbor, Arbor, Aqua, Air. Oder. So, Metallum. Und. Cholatos, äh, haben wir nicht. Problem wird es nur sein, äh, ich hoffe, dass auch noch ein paar Leere Gläser da rumliegen. Jawohl. Müssen wir auch ein bisschen. So, okay. Also. Wir haben die Essenz Valve. Wir haben Essenz jetzt Dubes. Genau, die Valve's habe ich mal hergestellt, weil ich sie mal probieren wollte. Das heißt, äh, wir brauchen jetzt auf jeden Fall. Filtered. Das heißt, ich brauche noch mehr, äh, Saumium. Das heißt, ich mache jetzt erst mal ein paar Schrauben. Saumium nicht dabei. Das ist auch ein Problem, wenn ich sage, ich brauche Saumium. Ein paar Schrauben habe ich noch. Das wird nicht reichen. So, dann packe ich jetzt erst mal das hier rein. Das packe ich auch hier rein. Ähm. Kann ich da mal reinschmeißen. Jetzt haben wir ja drin. Ja, falls hake ich hier hin. Ja. Aufgeräumt. Um. Beide das mal kommen. So, dann heißt es jetzt, ich brauche Saumcraft. Auf. Ich brauche von Saumcraft. Äh, das ist ein Rubberround. Äh, Rubberround, Rubberround. Rubberround habe ich Rubberround. Nein. Frage. Nein. Frage. Ich will es, ich will es, ey. Okay. Was ist das? Das ist das? Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ich weiß nicht, was ich hier reinigen kann. Was ich hier drauf habe. leider nur festgestellt hat bei diesem aufbau hier dass diese maschinen eigentlich wenn ich hier was oben drüber stelle ich nie eine chance haben werde weil wie gesagt wenn hier die maschine steht wie will ich dann kabel verlegen muss ich mir auch noch was überlegen ein auch glasflaschen nach mir dann mal auf jeden fall mal gleich die ach ja stimmt die glasflaschen sind ja auch mittlerweile schon oben bereit zu tun hat wir können auch die gläser ein bisschen umschöpfen dass wir alles haben ich bei mir hier rein dann heißt es jetzt wir brauchen will auf jeden fall diese diese filtert halb machen halb insgesamt finden das wird er nicht so einfach weil ich hier wieder stockblend bin ohne brille erfüllt der licentia tube da sind wir daheim das haben wir schon das ist eigentlich okay noch dass ich gerade 4 4 und gemacht habe noch mal welche also dann heißt es wir machen erst mal den buffer ich brauche eine schraube und ich brauche drei tube heißt ich kann schon mal gar nichts machen weil ich erst mal die tubes brauche ich ähm blau achso ne ich brauche die da ne das heißt ich brauche gold nugget ich brauche äh quicksilver drop asympt 8 8 8 und 8 ja das ist nicht runter gewesen wenn ich da welche gehabt hätte ich muss jetzt nur aufpassen dass ich nicht mal die ganzen zauberstäbe jetzt leer macht so das heißt essentia buffer das heißt ich brauche jetzt das ach so das kann ich auch mal zeigen das ist eigentlich auch nicht hier aber tube und aber sie wasser glaubt so also das heißt jetzt an eigentlich ich brauche noch ein restriktes sind ja auch das war blau und und es sind zwei rubber rings bestimmt auch wieder genau das ist halt jetzt das problem wir haben halt noch keine vernünftige möglichkeit machen so ok dahin dahin um darum ist auch mittlerweile sowas aber ich habe gleich viel bekommen das ist super euch die eigentlich eigentlich ich bräuchte mehr tubes und ich bräuchte mehr ok wir machen jetzt noch schon ein filter das filter brauche ich wisst noch welche einen das heißt die bau small gold spring platten das bessere holz ja bevor ihr mit schlagt ist gleich die schrauben zwei platten das heißt 1 2 auch hier wohin so wird über die planung gelaufen dass endlich die stromversorgung richtung als verarbeitung läuft dass wir da auch mal dann langsam sachen herstellen können ja da werden wir hoffentlich nächsten mal dran arbeiten wir brauchen ja plastik und den ganzen anderen dahin ich hätte mich kenne ist das silber wird bestimmt oben in der kiste aber wenn wir auch wurscht als ja ich sehe gerade nein hätte ich nicht da losgegangen laufen bin dann kann ich einen wegräumen dann kann ich das so machen auch ich zwei schrauben ein schraubendreher und eine weile dass ich mit der reihenfolge mittlerweile sagt da tue ich aber der käse ist mittlerweile mir reicht ladungen nicht da gibt es halt nur leider einen von so ich nicht ich habe jetzt dann hier mein glas dabei aber ich habe welche welche jetzt sowieso gleich brauchen hallo saumium herstellen muss und was herstellen okay das heißt jetzt möchte eigentlich dass jetzt mein glas hier mein problem ist immer irgendwie ist es immer irgendwas in der pipe drin also wird da auf jeden fall eine lösung hat bitte schreiben weil wir kommen da momentan nicht drauf dann haben wir hier die filter heißt es mal darüber haben wir die baffe dahin da rein heißt das wird auf jeden fall weitergehen dann brauchen wir als nächstes noch ein label 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 das wurde nicht verändert auf vier papier ein bisschen ding und ein ball papier ist oben habe es oben klein ball hier aus mal wieder mein aufräumen hat es gesehen ich habe am anfang ein bisschen auf oder ich habe am anfang aufgeräumt und schon bin ich wieder voll das heißt ich lasse jetzt mal dicht da rings lassen ich ein wenig mit runter hier drin das saumium habe ich hier saumium da drin dann hätte ich gesagt habe ich damals mit rein weiß ich habe ich werde gleich wieder brauchen aber es mit muss ich muss es irgendwo hin parken so ich brauche vier seiten und auch bitte eine farbe das war dann hier und du warst hier ich habe meine label chars ich habe meine label chars ich habe meine label chars auch auf jeden fall mal es dann langsam haben so dann heißt es ich brauche mal das hallo 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 so nicht abschmieren danke okay weiß achso ja ja hier kriegt man aus den eisenenkel draus bei aus dem vanadium stil macht es am meisten sind wir nehmen eisen und ich mir mal vier ingots weil ich jetzt gerade komplett falsch denke auch ein präsentatio ähm ja ich habe in der band breiten bringen zwei klingt gut der kann haben wir noch ein paar ja haben ja ja ob das funktioniert ja nicht dass man da eine brennende ding drunter macht habe ich glaube ich schon mal probiert weiß was ich als brennstoff nehmen glaube ich ist brennstoff auf dass es auch da funktioniert nehmen wir aber sicherheitshalber eine kohle mit das heißt auch ok aber ist ja nicht so schlimm die brauche und genau und ich brauche glaube ich mindestens acht damit es funktioniert ja ganz großes kino da drunter auch jetzt metall um auch ich auch ein bisschen alien rein das brauchen immer gesagt und hole ich mir mal eins auch zwar das great wird sogar in die legenda gewesen wäre aber egal das heißt jetzt ein mach ach komm schon mal witzig warum machst du das nicht wenn es vorne ist wenn wir da oben angeschlossen bist ich mal so wenn das da austritt das dann eigentlich nicht das kriegt ja das heißt ich hole mal nee au auch ein auch 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 ich hier drin ja es wird doch zeit dass man die küste lesen anschmeißen was nervig wunderbar und wir haben noch einen oben drei oben und eine unten hoffen wir mal dass wir genügend haben ob noch zu bauen auch neun abend tue ich perfekt aber in den kompressor ich brauche diesen komischen matrix block das heißt ich brauche chemical construct das heißt ich habe hier auf jeden fall schon mal für uns baut das ok ich habe noch zwei bis ich brauche die sensiert brauche ich ja log of saumium der ist gerade am machen ich habe da die befürchtung dass ich das nicht alles hinkriegt weil mir vorher die zauberstäbe leer gehen mal dich rein ich brauche jetzt dann noch mal das ist das ist was ich auf ich 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 also vernościen mein problem dass ich brauche einen drop ok das muss ich einfach nur helfen ex selber schmelzen aber mal gedacht das ist meistens flüssig gar nicht gewusst dass so kalt ist hier noch mal erst mal hoffen jawohl gott sei dank dann brauche ich jetzt für den matrix block auch richtig auch und dahin ein ein aber starb nehmen ok habe ich und jetzt brauche ich ja, Mist, ich brauche die auch noch, ich brauche noch die Cluster da brauche ich ja nochmal, äh, boah eben 10 also der ist jetzt schon raus der ist raus ich weiß nicht, was ich habe, der ist gleich raus ich dachte ich eigentlich müsste ich nein, ich nehme gleich alle drei Zauberstäbe das heißt, ich habe dich auch noch die Zauberstäbe machen müssen, dass mir das ich habe zwar auch eine eine, äh, wo ich sage, okay, da ist Wasser drin warte, da haben wir hier mit 6 8 es ist Nacht und keiner ist da kennen wir irgendwo her also auf jeden Fall demnächst muss ich ins Lager, äh, definitiv so ein, so ein reinbauen äh kann nicht sein, oder? also Monster sind an, weil ich hatte einen aber der war, der hatte heute seinen alleinigen Ausgang voll was jetzt? Regen? Regen? Schnee? Schnee, Regen? weiß ich, warum keine Monster da sind das ist wie bei den Vögeln bevor es das regnet anfängt, hauen die auch ab halten die Klappe ah, da hinten sind ein paar jetzt muss ich wieder aufpassen weil die machen jetzt Löcher ist mir aber wurscht Alter, ist hier ein Hottie-Hü-Verein oder was? das ist kein Pferdestall das ist unser Gartencenter hier verwechselt da was, Leute so, ich glaube ich habe jetzt alles gecleared kann ich schätzungsweise nicht mal annähernd naja, bei 14 das heißt ich hätte da einen hätte ja aber gar noch einen zweiten aber jetzt spawnen da hinten soll der nicht immer zu früh schießen weil sonst komme ich gar nicht erst hin bevor ich die bis aufsammeln kann hm da war der Leck nicht gut ah kleines Feuerskelett ah, kein Regen verstehe ich nicht danke ach man hallo noch ein paar wieder Feierabend wollen sie nicht mehr erschießen lassen ich finde die total ungerecht aber ich habe gleich wieder gerade zwei gesehen ja lauter heute hüß da oh hauben schießen gerade hier wieder ein paar pferde die bringen mir gar nix die pferde und diese lustigen reit und die reiter darauf das sind die einzigen die wurden nichts bringen bischen was du bist jetzt einigermaßen voll du bist jetzt auch gut voll wir gehen jetzt wieder in die werkstatt allererstes tun wir mal schnell hier die rüstung reinschmeißen und vor allem gegen aus das meiste von der macht nacht mitnehmen problem wird jetzt halt nur sein ich habe ich muss jetzt erst einmal diese ganzen schwarz herstellen dafür brauche ich denn überhaupt auch ich brauche zwei stück davon also das heißt ich brauche sechs von diesen oh man das bringt nichts das wollen wir nicht hinkriegen auf jeden fall nicht so schnell und ja nee diese überziehe ein bisschen reduzieren ihr wisst warum das heißt wenn jetzt fragen anregungen habt dann schreibt mir doch bitte in die kommentare wenn euch die folge gefallen hat dann lasst man doch daumen nach oben da ciao ciao ciao